Die Xbox Series X erscheint am Ende des Jahres. Doch was ist bisher über Microsofts neue Konsole bekannt? Hier kommen 5 Fakten über die Xbox Series X, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Der Kauf von brandneuem Zubehör für eure Xbox Series X ist nicht unbedingt erforderlich. Ihr werdet eure bisherigen Controller und Headsets nämlich künftig weiter benutzen können. Die Xbox Series X wird mit dem offiziellen Zubehör von Microsoft vollständig kompatibel sein. Dazu gehört unter anderem auch der besonders hochwertige Elite-Controller. Ihr müsst beim Umstieg auf die Xbox Series X nicht auf eure liebsten Spiele verzichten. Denn die neue Konsole wird abwärts kompatibel sein. Damit steht euch bereits zum Start eine große Auswahl an Software zur Verfügung. Dabei werdet ihr Zugriff auf Spiele der Xbox One, der Xbox 360 und sogar der ersten Xbox haben. Viele der älteren Titel sollen auf dem neuen System zudem von technischen Verbesserungen profitieren, darunter eine höhere Auflösung und eine bessere Bildrate. Crossplay ermöglicht euch bereits auf der Xbox One, viele Titel mit Windows-PC-Spielern zusammenzuzocken. Das wird auch auf der Xbox Series X der Fall sein. Darüber hinaus unterstützt die neue Konsole auch Cross-Safe. Ihr könnt dadurch eure Spielstände von der Xbox One oder den PC direkt auf eure Xbox Series X übertragen. Dank Cloud-Speicher ladet ihr eure Speicherdaten ganz einfach auf die Next-Gen-Konsole herunter und spielt direkt weiter. Für die Xbox Series X erscheinen einige Spiele, die ihr schon vorher auf eurer Xbox One spielen könnt. Diese Spiele müsst ihr aber nicht zweimal kaufen. Smart Delivery ermöglicht euch, ein kostenloses Upgrade auf die Next-Gen-Version vorzunehmen. Zockt ihr beispielsweise FIFA 21 auf der Xbox One, könnt ihr die verbesserte Fassung für die Xbox Series X gratis herunterladen. Dabei werden eure Spielstände übernommen, sodass ihr genau dort weitermachen könnt, wo ihr aufgehört habt. Weitere große Spiele, die Smart Delivery unterstützen, sind zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla und Cyberpunk 2077. Der Xbox Game Pass liefert euch für eine geringe Gebühr jeden Monat eine große Anzahl neuer Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten herunterladen und zocken könnt. Dazu ist jeder Microsoft-exklusive Titel direkt zur Veröffentlichung im Game Pass enthalten. Auf der Xbox Series X wird dieser Service fortgesetzt. Ihr habt darum auch dort gleich zum Release Zugriff auf Highlights wie Halo Infinite. Darüber hinaus könnt ihr weiterhin auf zahlreiche Xbox One Games wie Gears 5 zurückgreifen. Euch hat unser Video gefallen? Dann abonniert unseren Kanal und verpasst kein weiteres Video von uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.